Hier die komplette Anlage ist unsere Fließfertigung. Hier werden alle Elemente zusammengeschweißt. Da oben seht ihr unsere Maischabteilung, da hocken zwei Leute drin, die programmieren alles. Wer von euch weiß denn, wie die Maschine hier heißt? Ich glaube das ist die Stanznippelmaschine. Fast richtig, es ist die Stanznippelmaschine mit einem B. Also das war jetzt unsere Fertigung, hat dazu noch irgendjemand Fragen? Dann würde ich sagen, gehen wir ins Büro und dann zeige ich euch das noch. Spannungsgeladene Musik Musik Funden, was du gesucht hast? Komm mit, ich zeig dir die richtige Tür. Ohren auf! Wir bei Feist öffnen die Tore für motivierte Auszubildende und du hast die Chance dabei zu sein. Eine Ausbildung bei uns bringt dich nicht nur fachlich, sondern auch persönlich weiter. In unserem topmodernen Ausbildungszentrum warten über 200 erfahrene Feist-Profis darauf, dich auszubilden und zusammen mit dir Spaß bei der Arbeit zu haben. Doch hier hört es für dich noch lange nicht auf. Bei Feist profitierst du von vielen weiteren Vorteilen, wie zum Beispiel Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie 30 Tage Urlaub im Jahr. Solltest du auch in der Schule voll durchstarten, garantieren wir dir einen Sonderurlaub und eine Prämie als Anerkennung. Gemeinsam mit deinen Azubi-Kollegen kannst du außerdem an coolen Teamausflügen teilnehmen und deine Zeit bei Feist genießen. Und das Beste? Nach deiner erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung hast du eine Übernahmegarantie und kannst bei uns voll durchstarten. Worauf wartest du noch? Lass es ruhig angehen und bewirb dich jetzt unter www.feist.de und die Zeit bei Feist genießen.